hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen video ich würde euch noch einen beweis zeigen und zwar ich wurde ein zweites mal erster schaut auf die länge und da steht eine länge also ich bin wirklich erster geworden einfach und ich bin gebracht habe mit ein kreis und das habe ich auch die ganze zeit gemacht und ich werde zeigen wie ich das immer so ich bin jetzt im spät und wieder den ersten so dass ich leise sprüche mit spät und abend kann ich auch nicht ich muss mal drehen aber morgen kommt nee am montag vom stream ich habe meinen loom klauen holy crap ist der riesig Oh mein Gott. Ich muss das mal rüberlegen, damit ich leider einiges kann. Okay, perfekt. Denke halt auf. Oh, das ist der... Okay, eingekreist. Und das mal. Ich mache ein bisschen, dass ich die eingreifen kann. Da schaue ich auch fünf Leute ein oder so. Dann wollte ich halt meinen Hut bekommen. Ja. Habe ich natürlich auch, ob ich wieder zu sterben lasse. Ja, habe ich auch nicht mehr machen können. Aber ich hätte noch nicht ausprobieren können. Nee, die Länge, wie ihr gesehen habt, was auch am Ende kam. Und am Ende sind einfach so viele gegen mich gefahren. So, der nennt noch. Aber die können, wenn ihr eingekreist werdet, kann ich euch direkt zeigen. So, wenn nämlich, wenn nämlich so einer sowas macht, also mit dem Gesicht so reinfährt, könnt ihr nämlich an seinem Gesicht, dass wir so richtig umbogen haben, der es eigentlich schon geschafft hat. Aber das machen die nicht. Ich verstehe so. Nicht voll lame. So, wo kommt man nämlich einfach easy raus. Bam. Ich glaube, ich darf es nochmal in die Top 10. Ich weiß nicht, welcher Platz. Ich hoffe, wo der Platz ist. Also, nochmal zum Streamen. Ich habe einen neuen Kanal eingestellt, also 7 Streams, PS4, aber ihr müsst den Kanal jetzt nicht suchen, und zwar bei der Playlist, zum Beispiel Fortnite oder so, wo werde ich den, wenn ich die Streams auch verlinken. Aber ich werde auch... Ich bin mit meinem Finger abgerutscht. Nein! Ach, egal. Und zwar nochmal. Streamen und so. Ich werde nämlich auch Undertale streamen und es wird einfach bei der Playlist sein. Drei ist halt diese Streams und auf anderen Kanal. Oh! Oh mein Gott! Hätte ich ihn jetzt nicht bekommen, wäre ich tot. Und der rote denkt ja über Rambo und klaut meinen Kill. Weißt du was? Nein! Das war so knapp. Ach, egal. Aber ich bin jetzt voll schlecht, weil ich nämlich gerade Erster wurde. Aber, ne. Alter, kann ich mal aufhören, auf diese Scheiße zu kommen. Ach. Alter, ich rutsche immer mit meinem Finger ab. Mann, ich hasse mich. Genau, das meinte ich. Das ist einfach voll easy. Ich glaube, es sieht daher auch einfach perfekt über so Themen zu reden. Ich will auch rasen und stürmen. Oh mein Gott, jemand muss das klippen. Jemand muss das klippen. Habt ihr das gesehen? Und zwar jetzt den Klipp stimmt. Ich habe gehackt. Nein, er ist gegen mich gefahren, bevor ich gegen ihn gefahren bin. Oh mein Gott, das ist so lame. Das ist so lame. Aber ich hatte schon heute zwei krassige Kills. was machen die? Die rassen die ganze entgegen. in meinem Kopf. I jacks, aber egal. Oh, das passt nie. Namens Dirty. Hä, bist du dreckig? Dusch dich mal. Du dreckig bist, Alter. Gar nicht gut. Oh, ein Klauter Loot. Das passiert mit jedem, der meinen Loot stiehlt. Ich glaube, ich habe es neu in die Top Ten. Ich habe einfach jede Runde in die Top Ten. Das ist voll easy. Das Spiel. Ich bin jetzt bis jetzt an zweimal ernst da. Einmal habe ich es ja nicht aufgenommen. Also, wenn man das Wolle ist aufnehmen, aber der Recorder hat sich so gedacht, oh nee. Das hat bei dem Spiel funktioniert deswegen fast gar nicht. Okay. Jetzt habe ich ja immerhin ein Screenshot gemacht. Funktioniert. Besser. Jack. Bye-Check. Oh, der Rote ist auch noch da zurückgekommen. Okay. Was bringt es denen eigentlich, wenn die dann Loot einsammeln? Die werden doch sowieso sterben. Oh. Oder? Ich, meine Finger unter die Steuerung funktioniert nicht, wenn ich fahre, es ist gegen die. Die gerade eben. Mann, jetzt fahre dagegen. Ich hasse Leute, die es hinauszögern. Sieht ihr das? Wie macht er das? Ja, wie schon gesagt, ich bin Platz sieben. Okay. Ich meine, ich habe gesagt, dass ich immer so viele eingekreist habe. Okay. Eins, zwei, drei. Geh weg. Vier. Fünf. Fünf. Wenn wir jetzt noch mal um das eins werden, dann wird es einfach die beste Folge meines Lebens. Ich bin ganz mäßig, ich weiß. Und jetzt sagt ich bestimmt, worum wird es in den Fortnite dann gehen. Ich werde, ich will den Blockbuster-Skin haben. Ich bin mit einer Woche, bin mit zwei Wochen sogar schon fertig mit der ersten und dritten. Und bei der zweiten fehlt mir eine. Woche vier bis sechs fehlen mir drei. Und Woche sieben fehlen mir fünf. Und wenn ich das erst geschafft habe, habe ich mir auch Buster. Und höchstgescheidung auch Omega. Und das will ich mit euch machen. Einfach reiß ich, mit morgen auch noch das gleiche machen, aber ich bin fünfter. Okay. Aber mit euch werde ich es dann natürlich auch am Montag machen. Und am Dienstag wird immer Daily machen. Immer Daily. Nee, wir sind nicht weitergekommen. Was ist hier noch? Hier ist hier. Oh. das sind so lange wie zu lang aber auch nicht zu kurz die blauzeigseite nicht aber gut dass ich auch da und dreht der moment danach drei sein was habe ich top 3 Oh, verpiss dich. Stopp, bitte. Oh, verpiss dich. 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 Ich bin Platz 1! Ich bin wieder Platz 1. Na, was wollt ihr jetzt tun? Herzgesehen, ich bin Platz 1. Zweimal heute geworden. Easy. Das ist mir jetzt auch scheißig, glaube ich. Ich bin Platz 1. Guck mal, die beiden jetzt sind. Am Anfang, am Ende hatte ich aber so Schiss, dass mich jetzt nur einer holt. Oh, ich bin mal wieder so frisky. Aber okay, wir wollen es mal wieder essen.